Man kann jetzt mal den Wachs ein bisschen einhocken, wo man ein bisschen fliegen kann beim Putzen. Die Radläuftgeschichte, das ist heikel, da musste man speziell darauf schauen. Visuelle Kommunikation auf bewegten Fahrzeugen ist immer schwierig. Es hat Herausforderungen, die man knacken muss. Man hat nicht allzu lange Zeit, um eine Botschaft entsprechend zu erkennen. Deshalb war es in diesem Fall das Ziel, einen Eyecatcher zu realisieren, mit einer Botschaft kombiniert. Das Ziel muss sein, dass der Betrachter gefangen wird. Und diese zwei, drei Sekunden, die man Zeit hat, den Fahrzeugbeschriftung zu erkennen, die Botschaft zu verstehen, das haben wir da versucht, entsprechend auf das Fahrzeug zu übertragen.